Willkommen daheim, Jackie. Dein Vater war besessen von der Finsternis. Er hat dieses Haus auf heiligem Boden der Finsternis gebaut und mit Reliquien der Finsternis gefüllt. Er hat mit Sachen herumgespielt, die er nicht verstanden hat. Was redest du da für einen Scheiß? Er hat dir nie davon erzählt, oder? Nein. Er wurde wahnsinnig, bevor du alt genug warst, um es zu verstehen. Er hat sich vor vielen Jahren an uns gewandt. Er hatte vom Graal gehört und wollte ihn um jeden Preis finden. Dein Vater wollte ein Heilmittel gegen die Finsternis. Er wollte ein Heilmittel für seinen kleinen Jungen. Ist das nicht süß? Leck mich. Er hat uns die Finsternis versprochen, wenn wir den Graal finden würden, Jackie. Es hat fast zwei Jahrzehnte gedauert, doch wir haben den Graal gefunden. Jetzt reiten wir seine Schulden ein. Wir haben die Finsternis. Die Welt wird brennen und vor ihrem wahren Gott kniehen. Wir haben die Finsternis in dir. Ich fühle, wie sie dich verlässt. Selbst wenn du das überlebst, muss ich nur warten, bis deine Batterie leer ist. Bitte kümmern Sie sich um unseren kleinen Freund. Wenn er gebrochen ist, bringen Sie ihn mir. Ich komme, du Bastard. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Was ist das? Du steppst mich! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020